Ja, er regt sich ja auch. Meine Fresse! Ah. Brauchst du irgendwie Hilfe? Kann man nicht hier die Scheiße ein und machen, ey? Ja, ne? Entdecken Sie das Nummer 1 Make-up weltweit. Oh, Nummer 1 Make-up. Nur unser Moose-Make-up ist luftig geschlagen. Oh, luftig. Geht doch, ey. Oh, schön. Oh, so luftig zart. Ja, so welche Werbung sind auch immer richtig... Achso, sind auch immer richtig scheißen doof, ne? Perfekt Moose. Jetzt geschlagen. Und nur für 399 Euro. Wenn Sie das jetzt kaufen, bei Schlecker. Wir machen diese Aktion nur mit Schlecker, weil Schlecker. Armes und da wohl keiner einkauft. Hey, Small, ey. Oh, eine Hürde. Geh mal rein hier. Aber wir haben nicht genug Erde und so, ne? Dabei. Fällt mir grad mal auf. Naja, naja. Ist jetzt ein bisschen... Ja, ja. Okay, hat wohl nichts gebracht, weil das, äh, da wird wohl, glaube ich, nichts spawnen. Ach, Kohle wieder, Kohle, was? Boah, was ne Schlucht. Ey, ich hasse es. Gut, weil wir grad mal dabei sind, kann ich hier mal ein... Konversation verlassen, ja. Wait, points, m, wait, points, add. Ach, scheiße. Ich spür's, der Hackfress, ey. Ach, ich find das Haar nicht. Schlucht. Tolle Kacke. Nein. Schlucht. So, blau lass ich mal, das passt schon. Ähm. Ein Boom. Ein Boom. Hey, Patty, du wirkst sehr sympathisch, muss man echt sagen. Also scheiße hier. Schatz, der mir überhaupt was sagt. Was sagt, nein. Ey, was machst du nur die ganze Zeit, dass du dich so aufregst? Ein Wolf. Hab ich... Ne, hab ich nicht. Boah, ey. Das kann auch sterben gehen. Voll dreist, aber... Tut mir leid. Das tat mir sehr leid. So. Wie lange nehmen wir schon auf? Ähm... Zweist... Zweieinhalb Stunden. Naja, ne? So langsam kann ich auch Schluss machen. Ich geh mal wieder... Was ist das denn da? Auf der Map sehe ich da irgendwie sowas? Boah! Ja, tolle Scheiße! Ach, das ist nur so eine verlorene Insel. Naja... Ich geh mal wieder weg. Und dann verabschiede ich mich langsam mal... Ah, und das war der geile Laptop. Naja... Klasse! Klasse! Oh, cool. Kann ich mir mehr Leder holen? Mal gucken. Gut, wie viel Leder haben? Sechs. Und wir können uns gleich einen Rucksack machen. Wunderbar, wunderbar. Ein bisschen lange haben wir heute gespielt, aber... Das war ja für einen guten Zweck, ne? Würde ich mal sagen. Na ja, na ja, na ja, na ja... Wille, hast du mich nicht verstanden? Ich hab gesagt, du kannst nicht mal. Warum kann ich dich mal? Sag mal... Was fällt dir ein? Hast du überhaupt gelernt? Warte erst mal. Komm, red mit meiner Hand. Mein Gesicht hört dir nicht mehr zu. Lern erst mal Vokabeln. Ach, stimmt. Warum weißt du das? Nein, Spaß. Nur geschätzt? Ey, ähm, Patti, die, äh, Musik ist aus. Naja, egal. Na, scheiße. Wie komm ich denn jetzt hier hoch? Ja, klasse. Äh, äh, äh... Hast du dein Passwort vergessen, oder was? Tolle Scheiße. Hallo? Hast du dein Passwort vergessen? Ach, Lava. Sag mal. Ey, Joe, hast du dein Passwort vergessen? Ich? Ja. Nein? Warum tippst du da die ganze Zeit irgendwas? Wie gerade... Du weißt schon, ne? Äh... Counter-Strike-Source? Zufällig? Nein? Nein? Was denn, Black Ops? Nein? Ey, dann weiß ich nicht. Was denn? Ich weiß nicht, was ich immer mit dir spiele. Ach, du meinst, äh, Sims. Nein? Geiler Scheiß? Du hast echt gelitten, ey. Ach, Sam B. Der hat aber einen geilen Kopf. Boah, ey, wie soll ich mich noch mehr aufregen, Levelway? Dankeschön. Gib mir meine Perle. Ja, so, Level 5 sind wir, Level 5 sind wir, Level 5, eh, vorm hab ich die Tür aufgelassen. Äh... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hä? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich hab doch den Baum gefällt. Äh, voll der Opfer. Ey, du, Otto. Äh, Spielfail oder so? Der Baum ist schon wieder da? Das nennt sich Lack. Boah, ein Leder fehlt mir leider. Fatal Arrow. Okay, warte mal. Total Arrow kann man dir sagen. Und dann das Kuhfleisch nur noch. Und das Zombiefleisch. Ich könnte jetzt auch mal, äh, meine Hausfände bauen. Ja, ne, also, das Kuhfleisch lass ich mal sagen. Äh, Zombiefleisch. Klasse. So. Das war's auch nicht schon. Ja, ja, Patrick, ich mach dich mal auf. Hier, so, wie geht das denn hier auf meinem PC? So. Blöde hast du gelitten. Konversation. Halten. Ha, halten. Jetzt ist der gehaltet. Und, ähm, ja. Das war's jetzt auch eigentlich schon. Ich danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Okay, wir sind gar keine Freunde, aber ihr habt meine Stimme gehört. Und, äh, ja. Ich freu mich, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Und, komm, am Ende gibt's jetzt noch einen geilen, einen geilen Track. Mal gucken. Ach, scheiße. Hier, ich hab einen. Und eins. Und zwei. Und jetzt ist hier. Sag ich mal bitte. Danke. Also, das war's. Danke fürs Zuschauen. Und, äh, wir sehen uns in, äh, für ein paar Stunden. Also, morgen vielleicht. Wenn, äh, Patrick auch morgen kommt. Dann sehen wir uns morgen. Und, ähm, ja. Danke fürs Zuschauen. Geht auf Facebook. Und wenn ihr diese Folge nochmal sehen wollt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ablaufen werde, in Teilen oder in ganzen, in, 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 nein, im ganzen Video. Je nachdem, wünsche ich euch viel Spaß noch, äh, was ihr heute Abend noch macht. Mal gucken, was ich nochmal anwerden werde, mit vielleicht Patrick telefonieren. Je nachdem. Also, das war's jetzt. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Abend. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.